Die Geschichte zweier Augenoptiker Boah, ey, irgendwie stimmt der Umsatz meiner Optiker-Filialen gar nicht mehr. Aber dein Laden ist immer voll. Wie machst du das denn? Der Trick ist, dass sich deine Kunden auch nach dem Brillenkauf für deine Filiale interessieren und du es schaffst, anhaltend Vertrauen aufzubauen. Nur mal eine teure Brille verkaufen und dann den Kunden nie wiedersehen, wird deinen Umsatz nicht oben halten können. Ja, schon klar. Newsletter verschicke ich natürlich auch. Aber die versickern irgendwie. Was kann ich denn noch machen? Pff, Newsletter? Das geht doch heutzutage ganz anders. Das Geheimnis hat einen Namen. Bricks Fokus. Das sind intelligente QR-Code-Sticker für das Brillenetui. Sie verbinden jede einzelne Brille mit dem jeweiligen Kunden und der Filiale, wo die Brille gekauft wurde. Das Ergebnis ist sensationell. Ja, echt? Inwiefern? Schau, mein Kunde hat über seinen persönlichen QR-Code-Kauf Versicherungs- und alle Brilleninfos immer aktuell im Zugriff. Und ob er scannt oder nicht, kann ich ihn per Smartphone direkt über unsere Online-Services, anstehende Aktionen und Events informieren. Alles unterhaltsam, direkt über sein Handy. Ganz ohne App. Und auch noch in seiner Sprache. Tja, und damit baue ich den Anteil meiner profitstarken Kunden konsequent aus und steuere die Besuchsfrequenz in meinen Läden so, wie ich es brauche. Und mein Umsatz? Du weißt ja auch, dass es heute mehr braucht, als immer nur die gleichen Angebote wie Nimm zwei, zahl eine oder so. Damit hebe ich mich jetzt deutlich von den 100 anderen Optikern ab. Das ist zeitgemäßes Direktmarketing für uns Optiker. So simpel und gleichzeitig effektiv. Ja, wow. Das klingt schon richtig gut. Aber das ist doch sicher aufwendig, oder? Und du kennst mich ja. Ich will mich nicht auf Jahre an irgendwelche Verträge binden. Hey, entspann dich. Das ist kein Abo und es gibt keine Abnahmeverpflichtung. Und du brauchst auch keine Hardware, keine Software und keine App. Alles easy und sofort einsetzbar. Ah, okay. Also das überzeugt mich jetzt wirklich. Und wie komme ich an Bricsfokus? Scanne einfach diesen QR-Code oder gehe auf www.bricsfokus.digital. Und in wenigen Tagen geht auch bei dir die Post ab.